Nein. Da war ja ein Abgrund, verdammt. Na, super. Dann halt noch mal, alles cool. Prima, alles in, gar kein Problem. Lecker, schmecker, fadzi, spadzi, tazzi, katzzi. Hallöchen, Spindchen. Wir stellen diesmal aber ein bisschen besser an als eben gerade. Äh, hoffentlich. Du, 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 hallo. Tschüss. Boom, ins Gesicht. Ins Gesicht, Mann. Na, da ist die Dritte. Ich habe mich schon gewundert, wo sie bleibt. So, sehr gut. Jetzt ist Mama oder Papa spinn hier drin. Ins Gesicht, Mann. Sehr gut. Oh, hallo. Jetzt bin ich in Ruhe, Mann. Sehr gut. Wo ist Spindchen, Nummer 3? Hallo? Oh. Ich gebe diesmal nur zwei. Auch cool. Und ich kann jetzt gehen. Sehr schön. Ah. Oh nein. Das inventiert meine Steuerung. Hoffentlich nicht für lange. Okay. So wieder alles gut. Stirbt. Also, stirbt. Sehr gut. Auge auf. Nicht in den Mund. Auge. Sehr gut. Hallo. Oh. Äh, ähm. Ich möchte einmal meine Waffen weglegen. Dankeschön. Äh, Spinne? Ich glaube, ich spinne. Aua. Wollte gerade nicht. Hä? Was macht die da? Ich hatte gerade das Gefühl, die hatten nicht wirklich Interesse an mir. Ich bin auch nur ein kleines, unschuldiges Affenmädchen. Hilfe. Yay. Ah, wir sind schon wieder so weit, ja? Wie lange denn noch? Fall endlich zum Boden, Mann. Ich kann ihn nicht leiden. Früh auf den Kalt. Yeah. Boom. Sehr gut. Ich schießt viel weniger als am Anfang, habe ich das Gefühl. Die blöde Spinne, Mann. Endlich. Äh, was? Und plötzlich ist sie auch nur noch so klein wie die anderen. Oh. Jetzt weint sie. Oh, Banane. Sehr gut. Unsere nächste goldene Banane und Typ Spinne. Ich hätte sie verpieselt. Die hat geweint und ist weg. Yay. Tainys fünfte und letzte Banane in diesem Level. Sehr gut. Also, Tainy haben wir hier schon mal kompletto. Wo war jetzt der Ausgang? Hier? Wie gesagt, es ist sehr, sehr dunkel. Ich sehe nichts. Also, so gut wie nichts. Ich bin blind, ich sehe nichts. Einmal neue Verfolgungsmonie aufgesammelt. Und, ging's da wieder raus? Ich glaube, ja. Juhu. Sehr gut. Mal verwandeln. Und dann geht's wieder raus. Sehr schön. So, Tainy hätten wir dann komplett. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen. Hallo. Tschüss. Ich frage mich gerade, wem wir jetzt brauchen. Hallo. Äh, danke. Ähm. Lass mich mal kurz überlegen. Überlegen, überlegen. Ähm. Wir könnten das da hinten machen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Ich schnappe mir jetzt mal irgendjemand anderem. Keine Ahnung, wem. Wenn wir dann sehen, wenn wir da an dem Ort sind. Und, wo wir den anderen Kommen brauchen. Ich habe nämlich gerade überhaupt keine Ahnung, wen wir jetzt brauchen. Was jetzt noch alles so auf der Liste steht. Auf der Agenda. Ich gehe einfach mal in den zweiten Bereich. Oh, da oben sind nur noch Münzen für Tainy. Das ist ja... Wolle ich schön, wa? Hui. Münzen. Wir haben hier immer noch keinen Cranky getroffen, oder? Irre ich mich. Soweit ich das jetzt im Kopf habe, haben wir noch keinen einzigen Cranky hier getroffen. Oh, Moment. So, da bin ich wieder. Das war nur kurz der Postbote. Hilfe. Ah, doch, da hast du... Äh, da hast du... Äh, Chunkie ist ja schon Cranky. Hast du denn irgendwas? Ich habe den noch gar nicht gesehen. Was geht ab? Du hast 25 Bananenmedaillen. Sind die echt? Du bist dann bestimmt gefälscht. Ähm. Meine Überraschung. Nun, ich habe ein kleines Spiel für dich auf meinem Computer. Du brauchst 5000 Punkte. Aber doch habe ich keine Lust. Hm. Mehr gibt's nicht. Gut, ich würde es aber trotzdem noch mal versuchen, gerne mit... mit Lanky hier reinzugehen. Weil ich glaube, für den gibt es hier dann doch was. Äh, Frage, wo ist hier ein Tauschfass? Oh, das reibt sich so geil. Das ist so geil. Das reibt sich so... Sogar. Haha. Penner. So, hier oben? Was für... Donkey... Äh, Quatsch, Donkey, Diddy. Ich brauche ein Tauschfass. Ich will nur ein blödes Tauschfass haben. Gib mir ein Tauschfass. Du, 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 hallo, tschüss. Penner. Die Nummer haben wir schon, ne? Ja. Gut. Ähm, Lanky, genau. Nein, nicht Diddy. Lanky. Hup, 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 hup. Genau damit wir diese Technik nämlich erweitern können. Ähm, es müsste eigentlich gehen. Theoretisch müssten wir das jetzt von ihm bekommen. Wäre auch logisch. Sonst bekommt man hier nämlich nicht sofort alle Bananen. Beziehungsweise, ja, alle Bananen. Alle goldenen Bananen. So. Wehe, wehe, alter Mann. Was geht ab? Nein. Mehr, mehr gibt's nicht? Was? Warum nicht? Hm, merkwürdig, merkwürdig. Okay. Das war super lanky. Hup, hup. Hm. Ich würde jetzt gerne einmal nach oben, auch wenn ich nicht mehr weiß. Oh, das war. Es gab hier einen Eingang, der sich nur im Dunkeln öffnet, also in der Nacht, so wie jetzt gerade. Ich weiß halt nur nicht mehr, wo der war. Verdammt. Das ist ja auch nicht offensichtlich, wo der ist. Na gut. Dann gucken wir uns halt einmal komplett wieder um. Wir haben ja Zeit. Dumm, 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 dumm. Ich glaube, es geht hier rechts rum, ne? Ja. Oder? Doch, eigentlich muss es hier rechts rum gehen, da kommt man nämlich nicht weiter nach oben. Hm, schwierig, schwierig. Aber dann kann man das Rennen noch hier gar nicht schaffen. Also noch nicht. Weil man das Fass nicht benutzen kann. Und das Fass kriegt man nur aktiviert durch Lank, äh, durch Chunky. Durch Cranky, Mann. Das kriegt man nur aktiviert durch Cranky. Weil der verpasst einem ja diese ganzen Fähigkeiten. Deshalb verstehe ich gerade nicht, wieso wir nichts von ihm bekommen. Hm. Ich bin leicht verwirrt, muss ich sagen. Ganz leicht. Aber okay. Wir warten ab. Wir warten ab. Hier haben wir alles. Es gab hier noch einen Ausgang, der nur im Dunkeln begehbar ist. Oh, blöde Pennerbiene. Noch weiter nach oben. Wir sind doch jetzt fast oben, oder? Hopra. Hopra. Ich verstehe mal, Hopra. Hier höre ich so einen dicken, dicken Fresser. Ah, da drüben, genau. Da will ich hin. So. Einmal da rüber, da rüber, da rüber. Und wir haben den falschen Kong. Verdammt. Wir haben den verdammt falschen Kong. Ah. Okay. Das heißt, einmal noch mal komplett noch. Unten. Platsch. Ja gut, geht schneller. Und vor allem werden wir jetzt ja sofort wieder aufgeladen. Von daher alles gut. Ich probiere mal, ob wir da irgendwie schneller hochkommen, indem wir uns einfach hochschießen lassen und runterfallen. Können wir alle, ob es funktioniert? Wenn wir jetzt ausprobieren, kann man nicht. Okay. Wir sind jetzt hier oben. Das hat schon mal gut geklappt. Und das Ding ist hier drunter. Okay. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier runterspringe, müsste ich doch eigentlich da locker easy rüberkommen. Sehr gut. Sehr gut. Mit dem dicken hier springe ich mal ein bisschen länger. Aber es hat er bravouros gemeistert. So. Hol uns auch deine Blaupause. Lieber Crew... Shaggy. Namen, ne? Namen sind ganz schlimm. Hey du! Hey du! Das wäre dann sein dritter gerade mal. Puh. Oben war glaube ich... Also ganz oben war glaube ich nichts mehr. Glaube ich, denke ich, hoffe ich. Oh. Ähm. Das war jetzt nicht mit Absicht. Verdammt. Komm ich hier irgendwo auf so einen Schussfass? Ist das möglich? Nein. Na gut. Wow. Ha. Ärgerlich. Dumm. 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 Diese mysteriöse Musik. Und wir fliegen uns einmal wieder nach ganz oben. Weil es uns da ja so gefällt. Hey. So, ach hier gibt's noch Donkey Kong Bandanen. Aber die brauchen wir ja nicht mehr. Die sind ja schon voll beziehungsweise fertig mit Donkey. Der hat ja schon alles. Muss nur noch seine Blaupause abgeben. War hier nicht auch so ein Eingang, der nur im Dunkeln begehbar ist? Ich hab hier überhaupt keine Übersicht mehr. Oh, was ist? Dieses Hell-und-Herswitchen zwischen hell und dunkel ist halt nicht so einfach zu überbrücken. Beziehungsweise zu bestaunen. Was wollt ihr sagen? Verdammt. Nach unten. Tut dann schon ein bisschen in der Seele weh. Wow, hallo. Aua. Okay. Wir brauchen mal wieder Belohnen. Jetzt wäre mir nicht schlecht. Hallo. Tschüss. Na Batman? Fliegt dies gut? Batman 2? Fliegt dies auch gut? Gut. Ähm, hier können wir mit Didi hoch. War das Didi? Ich glaube, es war mit Didi, ne? Also, jetzt können wir ja versuchen, mal in der Dunkelheit die Musik zu spielen. Vielleicht bringt es ja was. Bei Tag hat es nichts gebracht, aber vielleicht in der Nacht. Wir schauen mal. Hier nämlich können wir einmal Musik spielen. Ich sehe ja schon, worauf das hinausläuft. Nein. Geh wieder rein in dein blödes Haus. Ich will dich nicht. Ich spreche nur zu den Geflügelten. Komm zurück, wenn du fliegen kannst. Nein. Geh weg. Geh weg. Oh nein. 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 Oh, verdammt noch mal nein. Spiel. Why are you doing this? Äh, hallo Kumpel. Da bin ich. Geflügelt, da geht nicht. Oho. 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 Mal schauen, ob du mir auf meinem Flug durch die Ringe rund um den man fallen kann. Oh nein. Warum tut ihr mir das an, Freunde? Da geht schon wieder los. Ich hasse es. Wo ist der hin? Da rechts rum. Oh, da ist Ringe. Ich kann auch gar nicht hinzuh- Ich hasse es. Ich werde es nie lieben. Ich bin durch das Ding noch geflogen. Ich bin durch diesen kackten Ring geflogen. Ich bin durch diesen kackten Ring geflogen.